Und wie läuft die Mission da? Wir brauchen einen Entry. So nochmal bitte. Wir stellen uns nördlich von Leobull auf. Und schießen dann die Bandits weg, die da ran kommen. Der Eisbär auf dem Heli ist ja allerliebst. Ich fand den Hello Kitty immer noch am besten. Was, hier gibt's auch? Echt, ja? Ja, wenn du den in Pink färbst, dann sind so Hello Kitty Katzen drauf. Weil ich finde den mit dem Regenbogen scheißenden Pferd am besten. Mit dem Pferdchen, ja. Mit dem Pferdi, Pferd da drauf, okay. Ja, und das sieht so aus, als wenn du das Pferd aus seinem Arsch Regenbogen entlässt. So, ist das hier neu? Ne, ist nicht neu. Hier war ich schon mal. Aber ist ja ewig her. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ist aber ewig her. So, dann mach ich den Zaun schon mal wieder lauter. Tjaaa. Genau, ich war ja. Ah, warte, ich bin noch drin, ja? Ja, ja. Man kann ihn nicht abschließen, wenn er noch in der Sonne hat. So, dann wollte ich nämlich auch die Knarre, die ich hier noch habe, mal reinlegen. Ja. So. Okay. Und weiter geht's. So, wer geht's triggern? Ja. Ich hab keinen Plan, wo man die triggert. Hm, fast seitlich neben der Stadt, oben auf dem Felsen. Da, wo die Koordinaten stehen. Keine Map. 175. 75. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, wo die ist. Wer rennt da grad den Felsen hoch? Ich bin da. Ah, du bist da jetzt. Okay. Ich folge dir jetzt einfach mal. Wo muss ich denn danach hinlaufen, wenn ich getrippert habe? Dann kann ich... Nach Süden wieder zu uns. Immediately, am besten. Ja. Also, die Küste ist da in der Nähe von der Tankstelle? Ja, ich weiß wo. Okay. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du nur in die Nähe gehen musst oder ob du die wirklich einmal angieren musst. Ja, du musst da wirklich in die Nähe gehen. Jetzt bin ich ja beinahe im Felsen verschwunden. Also, manche Kisten musst du auch einmal richtig angieren. Damit das funktioniert. Und... Wow. Wollen wir die von dem Stein aus machen, ja? Komm, die kommen auch nicht sofort, die Bots, sondern die kommen... So, warte mal. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich mich erstmal orientieren hier. Also, wir sind jetzt hier oben. So, wo hast du den Heli jetzt gelandet? In Louis Biol? Ja, bei der Kirche. Alles klar, so. Und... Die Bots kommen dann von wo? Bots kommen von... Von Norden? Von der Tankstelle nördlich. Und zwar links und rechts im Wald. Von der Tank... Wie aus dem Wald kommen sie oder was? Links und rechts im Wald laufen die von Norden nach Süden. So. Wo ist jetzt im Norden die Tanke? Warum? Ich laufe dann... Ich laufe dann einfach zurück Richtung City, ne? Richtig. Ich würde dir... Also, ich würde den westlichen Wald Richtung Süden laufen. Okay. Also, ich bin jetzt... Ich bin jetzt hier an diesen Felsen... Ähm... West... Warte mal, wo ist das? Ähm... Links neben der Stadt. Westlich... Genau. Westlich von Liubul. Da bin ich jetzt. Was macht am meisten Sinn, wo jetzt hinzugehen? Da ist gut bei den Felsen. Dann guckst du einfach diesen westlichen Wald drunter. Oder... Ab. Den Wald nach Norden gucken. Richtig. Und... Ähm... Also, einer sollte auch den östlichen Wald im Blick haben. Am besten. Ja, da kommen... 1, 2 Bots kommen da. Aber die meisten sind auf jeden Fall hier in den... Irgendjemand ist ja hier noch bei mir. Ah, ja. Alles klar. So, ich laufe dann mal hin und triggere, ne? Ja, ich bin ready. So, und wir sollen die dann von hier unter Feuer nehmen, oder wie? Korrekt. Okay. Hm... Ich überleg mir grad, welchen Stein. Hallo, Kleiner. Also, ich bin... Ich bin ganz im Westen. Am Berghank, auf den Steinen, die da sind. Dann bist du ja hier bei mir, oder? Ne, ich bin noch weiter westlich. Noch weiter. Hinterm Wald sozusagen. Hinterm Wald, okay. Besserlich vom Wald bin ich. Und die kommen dann aus dem Wald, oder? Ja, die laufen diesen Wald da runter. Also, eigentlich im Endeffekt links und rechts von der Straße, die zur Tankstelle fällt. Moment. Ich bin hier völlig heutierungslos. Stopp, stopp, stopp. Also, von Liowol geht eine Straße nach Norden. Richtig. Und links und rechts im Wald, neben dieser Straße, kommen wir über. Links und rechts neben dieser Straße, die nach Norden geht. Ah, alles klar. Ja. Das heißt, die kommen hier nicht mehr von hinten und... Alles klar. Gut. Dann... Uah! Du bist da, Basti. Ja. Gutes da, Basti. Sitz auf einem Felsen drauf. Festlich vom Wald. Äh, kein Kompass, keine Karte, keine Ahnung. Genau. Ich nehme mich auch nicht. Ich lege mich hin. Ich lauze jetzt. Kann er nicht. So, ich sehe nur leider, ich sehe nur leider die Straße. Das bin ich wahrscheinlich. Ah, okay. Lauf zickzack zurück. Ich sehe nur leider die Straße nicht. Ich sehe hier diese Festung, da schaue ich jetzt drauf. Genau, und hinter der Festung ist die Straße. Da hinten bei den Tannen. Ah, alles klar. Dann müsste ich eigentlich noch ein bisschen nach vorne. Ja. Ja. Habe ich mir auch eben so überlegt. Das bringt hier, glaube ich, nicht so viel. Ja, keiner muss den östlichen Wald eigentlich decken. Der Kirche ganz gut zum Beispiel. Ist das schon getriggert, oder? Ja. Puh, da kommt er auch schon angerannt. Da kommt er wieder angerannt, ja. Oh, hier sieht man ja genauso wenig. Ähm, wo schläuft. Ja, die ist gerade abgekommen. Hm. Ah, das ist die Straße, alles klar. Hoffe ich mal. Oh, das ist schon klar. Wo steckt ihr jetzt alle? Ich laufe mal ein Stück Richtung Osten. Ja. Weil da sind Felsen davor, da sieht man nicht allzu viel. Ah, ne, hier gefällt mir das nicht. Scheiß Position. Können wir doch bestimmt auch von der Burg aus machen. Ne. Kann man, aber da bist du ziemlich schnell tot auch. Aber je nachdem... Hat jemand auf dem Berg? Wer von euch ist das? Auf dem... Genau, du bist... Genau. Alles klar. Also das sind auf jeden Fall Bandits. Bandits. Banditskins, okay. Es sind zwei Bandits Frauen dabei. Das ist PKM meistens. Oder RPK eigentlich. So. Ich nehme mal den Felsen hier, weil irgendwie die anderen... Da meine ich so wählerisch. Ja, da habe ich nichts gesehen irgendwie so richtig. Man will ja schließlich auch eine gute Aussicht haben. Hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Hier sehe ich wenigstens ein Stück von der Straße. Kann den Wald nach links einen sehen, wobei ich da auch Angst habe, dass die einen... So, QE mal machen bitte. Alle. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin offen mit QE. Hier einen habe ich. Hier einen habe ich.